Rund 15 Kilometer nördlich von Gent liegt das Stahlwerk von AcelorMittal. Doch während die Stahlproduktion weltweit als einer der Hauptverursacher umweltschädlicher Emissionen gilt, möchte man hier in Gent beweisen, dass die Stahlproduktion auch zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft beitragen kann. Wir arbeiten hier den einzigen Integrated Stahlplan in België. Das bedeutet, dass wir End-Stahlproduktionen produzieren, starten von Iron-Ore und Kohl. Und diese End-Produktionen gehen zu Automotive-Kustomers, Zuhause, Appliances, Konstruktion, etc. Und in der primäre Teil unserer Stahlmaking-Prozess, vor allem in der Blast-Furnace, Wir benutzen Kohl, um Iron-Ore zu Iron-Ore zu reduzieren. Und als Ein-Produkt haben wir Gas. Off-Gas, das mit CO, CO2 und Nitrogen ist. Und das CO wird in den Zukunft in diese vier Bio-Reaktoren gefertigt, in denen wir Bacteria und Wasser haben. Und es ist die Gas-eating-Bacteria, die das CO aus dem Off-Gas transformiert, in ein neues Produkt, das Ethanol. Und diese ganze Installation, die wir jetzt sind, ist der erste in der ganzen Europäischen Union. Das Ethanol lässt sich vielseitig einsetzen. Als Ausgangsmaterial zur Herstellung nachhaltiger Flugkraftstoffe, als Treibstoff für Autos oder als vielseitige Grundchemikalie. Fermentation ist eine wundervolle Technologie. Es hat eine große Anwendung, und es hat weniger Energie benutzt. Es hat weniger Energie, weniger CO2. Und das ist gut für unser Produkt-Carbon-Footprint. Und das ist ein wirkliches Wunsch für die Gesellschaft und für die Klima. In einer Circular-Economie, wir bringen Industrie zusammen, wie die Stahl- und die Chemikal-Industrie. So Regulatoren müssen die Weg für das passieren. Wir haben verschiedene Feedstocks, Waste, Biomass und Fossil-Fuels, zusammenkommen, um Chemikalien zu machen. Und das ist auch neu für Regulatoren. Die Idee, Abgas in Ethanol zu verwandeln, wurde bei Lanzatec geboren. Einem Biotech-Startup aus Chicago, das mehr als 800 Millionen Dollar von wichtigen Investoren eingesammelt hat. Auch aus der Chemieindustrie wie BASF. Die Post-Pollutionen Welt ist eine, die Menschen lernen, zu nutzen die Ressourcen über und wiederholen, stattdessen zu nutzen und zu verhören. Die Realität ist, dass die Circular-Economie, dieses Post-Pollutionen Future ist inevitable. Die Menschen werden Teil davon sein, oder der Welt wird weitergehen ohne uns. Und die Art, wie wir versuchen, zu participate in creating dieses Post-Pollutionen Future, ist, wir fermenten Gase, wir fermenten Carbonwaste und wir konvertieren sie in Ethanol. Klingt einfach, aber die Gasfermentation im industriellen Maßstab zu beherrschen, ist alles andere als trivial. Ein tiefes Verständnis der Biologie der Bakterien, die Gase in Produkte umsetzen, ist unerlässlich, um einen funktionierenden Prozess zu entwickeln und zu betreiben. Die Fähigkeit, die Biologie der Bakterien zu steuern, ist ein Schlüsselelement bei der Lanzatec Gasfermentationsplattform. Deshalb beschäftigt Lanzatec heute mehr als 300 Mitarbeitende und verfügt über ein großes synthetische Biologie-Team, das vor allem eines geschaffen hat. Eine einzigartige genetische Toolbox für gasfermentierende Organismen. Es gibt so viele Waste Gases produziert von so vielen sehr großartig, essenzialen Industrie, dass wir müssen recyceln, repurposieren und benutzen um das Gas zu gehen in unsere Atmosphäre und schlussieren, und accelerieren die Krise der Klimawandel. Unsere einzigartige Benutzung hat sich zu Ende. Wir müssen über das und recyceln die Benutzung wir benutzen. Heute, unser Prozess macht Ethanol. Aber mit dem genetischen Toolbox können wir sustainable Chemikalien machen, die die Menschen in den Produkten rundherum nutzen. Wir benutzen unseren Prozess, nicht nur aus Stilmüllwaste Gases, sondern auch aus recycelten Garbages, wie municipal Solidwaste, die unsortiert und durch unseren Prozess gefordert werden können, agrikulturelle Waste und Waste von vielen anderen Faktorenemissionen. Das Azelol-Metallwerk in Gent ist ausgelegt auf eine jährliche Ethanolproduktion von rund 80 Millionen Litern. Für BASF ist Ethanol ein potenzieller Rohstoff zur Versorgung ihrer chemischen Wertschöpfungsketten. Doch die Zusammenarbeit zwischen BASF und Lanzatec im Bereich alternative Fermentationsplattformen geht noch viel weiter. Das Ziel ist es, verschiedene Abgase und gasifizierte Reststoffe zu nutzen, um daraus wertvolle Chemikalien herzustellen und damit alternative Kohlenstoffquellen in chemische Wertschöpfungsketten zu integrieren. Der Ziel des Forschungsprojekts und Forschungsprojekts mit Lanzatec mit Lanzatec ist die Kompetenzen von beiden Unternehmen Wir haben Lanzatec's Technologie, Fermentation von off-gassen und our downstream Processing. Das ist genau das die Magik für die beiden, eine wahrheitliche Wertschöpfung. Und mit diesen Verbrenzungen, wir können etwas sustainable machen. Wir haben jetzt die erste in-Rolle zu machen Octanol, wir können es für Homecare und Personalcare und die Produkte sind bereits in unsere Wertschöpfung. Und wir haben Lab-Success in hier und jetzt geht es um scale-up. Wir wollen die Fermentation Prozesse als eine Komplementary Reaktion Technologie zu produzieren Intermediates und finden für die Chemikalindustrie. Das ist nicht getan. Es gibt noch ein Weg, aber wir haben bereits mit Classical Fermentation und wir jetzt auf Alternative Plattformen zu tun, nur das gleiche zu tun. Wir produzieren Intermediate und finden Chemikalien für chemische Wertschöpfung. Die Nutzung der Gasfermentationstechnologie von Lanzatec und deren Produkte hat das Potenzial ein wichtiger Schritt hin zu einer CO2-neutralen Kreislaufwirtschaft zu werden. BASF We create chemistry